Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Damit herzlich willkommen zurück zu Battle 4 in 1. Ja, es geht weiter für die Geschichte. Wir spielen. Aber wir spielen immer durch. Lass euch die Katzen schlafen. Ja, er erkehrt jetzt ein bisschen noch. Er wird wahrscheinlich noch die ganze Zeit babbeln. Deswegen werde ich jetzt nicht so viel reden. Dabei, ja, sagt mich. Er kann mir sagen, dass er ein bisschen schlafen hat. Er erkehrt das nicht mehr. Und wird dann erst eintreten, wenn ich so ergab. Also sehen wir uns dann nach der Katzen. Denn vorher bleibt uns englisch. Das ist freaking alright. Durch das ist echt gut. Wir reden immer wieder. Und wir versuchen uns gut, uns selbst zu vergessen mehr, und wenn es uns dich nimmt weiter, Untertitelung. BR 2018 Bist du da oben? Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist... Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht. Kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einheben. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matthäus' Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an. Wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hat. Die müsste ich zuerst ausschalten. Viele Diensten können. Ah. Ich bin genau. Vorher ich mich nicht dabei habe. allein ist die L opposite. Ich bin deine compatri увiz duas Geräusche. Ich bin glatt. Was ist denn da? Was ist denn da? Versteiget die Kirche! Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Die Kirche, die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche! Die Kirche, die Kirche, die Kirche! Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz geschwind mal die Roteo einbänkle runterstellen. Da war dieses Artilleriegeschütz, das auf Mateos Einheit feuerte. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Und zwar nur damit, das ist das galline Schlapp. Ich war diese Schlapp. Sie müssen, wenn es der Schlapp ist! Und zwar der Schlapp! Sie können. Ja, ich bin. Und zwar die Schlapp! Wir werden sie in deniven Hand für den Bergen. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Ja, das wäre gut. Brains hier! G decangan! Das war's für heute. Oh, fuck! Sie gott! Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 es gab nur einen weg meine männer zu retten ich musste das geschütz zerstören diese explosion war für mich einer der schönsten anblicke des ganzen krieges aber noch war es nicht vorbei denn da war dieses flug abwehrgeschütz auf dem nächsten bergrücken das unsere fliege abschoss das war mein nächstes ziel ich musste zuerst die österreichische besatzung des geschützes ausschalten Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Sie visierten Matthäus' Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber, musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Das ist natürlich nicht möglich. Ich stand allein gegen ein geschwader feindlicher Bomber, musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Ich stand allein gegen ein geschwader feindlicher Bomber, musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Abschütze. 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 Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar, da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. So, auf geht's zum Amatheo.